Dieser Baum, das klingt auch ganz gut. Was haben wir hier? Manchmal sammle ich Erzfelsen. Wieso rennt der eigentlich die ganze Zeit weg? Das ist auch gut. Sammeln. Manchmal ernte ich Getreide. Das klingt doch auch ganz gut. Sammeln. Holz. Oder Bäume. Das ist auch gut. Gewicht heben. Mit Bäumen. Ah, er ignoriert mich mal nicht mehr. Hier. Bäume zum Gewicht heben. Manchmal greife ich Felsen an. Na, das ist die erste Sache, wo ich ein Ohrfeil muss. Tut mir leid. Auch wenn er jetzt ein bisschen... Das war übertrieben. Das war eine Schwalbe. Das ist ein Foul. Da fliegst du raus. Energie und Nahrung. Er sollte was essen. Er sollte was essen. Ah ja. Ah ja. Einmal essen. Und dann ist er satt. Dann kriegt er auch Energie. Ach nee, Energie. Da muss er ja für schlafen. Ah. Okay. Wir hassen die Griechen ebenso, wie unsere arztekischen Herren es tun. Das ist doch cool. Ein Kretu muss noch eine Armee besiegen. Wie wäre es, wenn sie das gerade mal versucht? Ich meine noch... Achso. Erstmal da hin. Nee, ist ja jetzt nicht ganz so schnell. Naja, mittlerweile mal umschalten. Baumenü. Wieso auch nicht? Na? Noch ein paar Schritte und dann hast du es geschafft. Die sollte er angreifen. Oder sie eher sie eher wie auch immer. Ich muss mich nicht immer fragen bei Kreaturen. Das ist immer so eine Sache. Okay. Dann. Was wollte ich bauen? Und ich wollte ein Lagerhaus bauen, um meinen Einfluss auszuweiten. Das dient keinem Zweck. Außer, dass sie später eh wieder Lagerhäuser haben wollen, weil das aktuelle zu voll ist. Und... Kommt mal vor. Kommt mal vor. Deswegen. Gut. Dann können wir ja auch mit einer Mauer beginnen. Hatte ich das das letzte Mal eigentlich gemacht? Das weiß ich fast gar nicht. Was sind denn hier die Mauern? Da. Ah, ist eine Mauer. Ähm. Äh. Ja, da irgendwo müssten dann die Feinde auftauchen. Der Feind baut Mauern. Schickt sofort Truppen los. Hm. Ja, also das Ganze bezieht sich dann auf die Aufgabe... Ja, nee, die nicht. Ähm. Hier. Erhöhe die Erfahrung einer Armee auf die Stufe Berufssoldat. 4.000 Tribut. Ist doch schon mal was. Da kann man da mal ein bisschen was für riskieren. Ja, noch 3.000. Das sollte genug sein, um das Ganze hier zu bauen. Die Griechen werden für ihre Taten büßen. So, jetzt lasse ich das fallen. Ich mache das Tor auf. Hol die Lein... Äh, hol meine Kreatur wieder ran. Ah. Hopp 1, 2. Hopp 1, 2. Beweg dich. Ich weiß, du bist nicht die schnellste Kreatur. Das ist mir auch vollkommen egal. Weil, wenn du Fitness 100 hast, deine Größe auf... Oh, 43% der Größe hat sie schon. Äh, vielleicht kann ich ja dann nochmal, ähm, ja, in den Scripts ein bisschen mogeln, dass sie ein bisschen größer werden kann. Das funktioniert. Habe ich schon mal ausprobiert. Das hat nicht ganz so zu 100% geklappt, wie ich es mir gedacht habe, aber... Ähm, ähm, oh, Moment. Ähm, ein nicht fertiges... Mist. Wo ist das denn alles schon fertig? Wollte ich doch einfach nur ein Haus bauen. Einen Kerl daneben setzen. Bekehrter Baumeister. Und zum Baumeister machen, den Baumeister dann irgendwie wieder nehmen. Wenn das dann gehen würde. Und der nicht gerade durch das Haus stiefelt. Also, das ist noch nicht vorhanden im Haus, natürlich. So. Kreatur, wo bist du? Ah, nur noch wenige Meter. Ähm, weil den Baumeister schließe ich dann aus. Dann holt er sich davon das Erz, baut das da oben ein. Und dann hole ich ihn später wieder zurück. Äh, ja, Baumeister, seh ich einfach mal hin. Dann mach das Tor zu. Die Leine wird geschüttelt. Mal sehen, ob er darauf kommt, dass er das... Ja, er geht schon mal in Richtung Erz. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Äh, L war... Ne, L war nicht. Äh, K. O. Ah, O, okay. Ähm, sammle Rohstoffe. Warte mal, hä? Äh, Rohstoffe? Äh, wir müssen Erz und Nahrung sammeln. Das kriegen die locker hin. Wir brauchen ja ein bisschen was dafür. Zwölf Brüter. Das war das mit den Brütern gleichzeitig. Äh, das geht natürlich nicht. Äh, hä? Äh, okay, da hab ich einen kleinen Trick. Ähm, warte mal. So, genau. Multi-Pick-Up. Äh, nehme mehrere Gegenstände gleichzeitig auf und eine Gruppe von Menschen schnell und Probleme zu transportieren. Ähm, geht auch mit Bäumen und sonstigen Einzelgegenständen. Ich glaub, Steine nicht, aber... Naja. Was ich noch holen könnte, wäre für meine Kreatur ein Wasserwunder. Das ist noch recht praktisch. Ähm, eine Taverne ist immer gut. Äh, was haben wir noch? Äh, brauche ich auf jeden Fall noch Bogen schützen. Was haben wir noch alles? Ja, fast alles können wir uns holen. Ein Amt-Vieh-Theater fehlt noch, aber das kostet natürlich entsprechend Kohle. Ähm. Eine Schmelze wird noch wichtig. Ähm, ja, warum? Hier wird das Erz verarbeitet so, dass deine Minenarbeiter abbauen. So gewinnst du aus einer einzigen Mine mehr Erz. Also die veredeln das Erz da. So nennt man das da zumindest. Und, ähm, ja, deswegen wird das dann mehr. Ähm, Bäume brauchen wir ja nicht. Dafür haben wir ja die Wasserwunder. Da kann man ja die Bäume gießen. Dann wachsen neue Bäumchen da draus. Das ist, ähm, ich werde ihn noch sehen. Die Wunder, dafür haben wir eh zu wenig Tribut. Um einiges zu wenig. Ähm, Schmuck, ähm, Schmuck, ähm, Folterhöhle. Manchmal musst du Menschen durch die dosiert, durch den dosierten Einsatz von Angst und schrecklichen Schmerzen ein, von deinem Standpunkt überzeugen. Ja, das ist, ähm, ja, ne nette Kleinigkeit. Ähm, okay, die Wunder sind schon mal zu viel. Auf jeden Fall können wir das schon mal machen. Und dann haben wir für nichts mehr Tribut, weil wir nur noch tausend, äh, 4100 haben. Obwohl. Boah, die kosten alle. Oh, sind die teuer. Okay, okay, ich mache schon mal wieder zu. Ähm, Felder brauchen sie noch. Dann kriegen sie auch Felder. Ich meine, die... Eine Taverne. Wie heißt das? The Tavern of the Rising Sun. Ich muss rausfinden, was sie vorhaben. The Tavern of the Rising Sun. Ja, ist aus Diablo, also. Nur für die Leute, die Diablo gesehen haben. Ein kleiner... Was auch immer. Ähm, ja, Multi-Pick-Up, das war... Da war ich ja gerade dran. Das sieht dann so aus. Die werden alle nacheinander reingesaugt. Ähm, ich brauche, glaube ich, 10 Leute. Ähm, was man noch dazu sagen muss, je mehr Leute man hat, der so... Also, je mehr Leute man aufhebt, der so langsamer geht's mit dem nächsten. Hab ich jetzt 12? Ne, noch nicht. Moment, nochmal Aufgabenmenü. 9, 10, 11, 12, sind 3. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. Sehr schön. Jetzt kann ich die alle wieder aufheben. Also die ganzen Brüter. Da sind schon welche weggelaufen. Und wenn ich denen jetzt die Hand schüttel, dann verlieren die ihre Aufgabe. Das ist schon mal ganz praktisch. Achso, warte, die brauchen doch eh ein bisschen... Bekehrter Förster. Bauer. Ich brauche doch keine Förster mehr. Ähm. Bekehrter Bauer. Ja, gerade eben. Ach, was soll's. So, ähm, Steine brauchen wir ja nicht. Die kann ich einfach mal hier lagern. Vielleicht, wenn wir noch irgendwie eine gegnerische Armee zerquetschen müssen, die meine Kreatur nicht erwischt hat. Oder sowas in die Richtung. Wer weiß das schon. Ähm. Ja, dafür ist das dann ganz praktisch. Äh, Getreide wollen die haben. Da helfe ich mal ein bisschen nach, bevor die da irgendwie irgendwelche Anfälle bekommen. Nochmal 3000. Das sollte dann einigermaßen den Hunger stillen. Ähm. Was brauchen wir denn? Bekehrte Brüter. Haben wir drei Stück, dass wir schon mal... Okay, eine Frau und noch eine Frau. Gut, die Frau kommen wir lassen, die... Ja, äh, Frauen... Als Brüter sind... Äh, um genau zu sein... Äh, ja. Ein wenig ineffektiv. Ähm. Ein Mann ist da... Wohl produktiver, was die Kindererzeugung angeht. Weil Frauen brauchen ja immer neun Monate und ein Mann... Ja... Der braucht ein bisschen weniger. Minimal. Also wirklich nur minimal weniger. Das passiert nicht so. Wasser. Überall Wasser. Wunderbar. Die griechische Stadt darf nicht weiter wachsen. Ähm. Moment, äh... Krieg, 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 krieg. Warte. Nein, nein. Da. Jetzt klopfe ich an das Haus. Ähm. Eine Waffenkammer, die kommt auch noch mal hier hin. Das erhöht auch den... Das Einflussgebiet, was man hat. Äh. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als, äh... Die... Die Dings, also als das Lagerhaus hier. Mal sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Na? Jupp, wir werden fertig. Ähm. Warum ich den rausgerissen habe... Mh. Kann ich euch auch erklären. Nee, das ist Armee... Welt... Nein. Bruchstoffe. Mh, 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 mh. Oh, bekäre zehn Gläubiger. Oh Gott. Brauche ich ja noch fünf. Vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Erst haben sie auch gerade fertig eingesammelt. Natürlich auch mal praktisch. Ah. Was wollen sie im Moment? Nahrung? Hm. Mh. Beeindruckendes Gebiet. Beeindruckend ist immer höher. Ach hier. Holze das Land ab. Verwende deine Hand, deine Kreatur oder Menschen, um Bäume auszureißen. Ähm. Bedeutet... Alle diese Bäume, die hier überall stehen, sollen weg. Das dauert einen Moment. Habe ich schon mal ausprobiert. Es dauert wirklich einen klitzekleinen Moment. Oh ja. Also... Früher habe ich es mal ausprobiert. Hey! Hier warten doch sicher haufenweise Geheimnisse. Klickt doch mal auf die Grabsteine. Mal sehen, was passiert. Wenn die Arztekten über dieses Land herrschen sollen, sie sind hervorragende Baumeister. Unser Volk muss standhaft bleiben. Okay. Also hier, da habe ich auch im ersten Moment ein bisschen gerätselt. Aber auch nur im ersten Moment. Geht ganz einfach. Ähm. Olli, der Mutige, ist zum Beispiel gestorben. 402. Der ist 103 gestorben. Der 399. Der hier 422. Und der 274. Ähm. Ich habe es ausprobiert, welche Reihenfolge es müsste. Siehst du? Das erleuchtet. Vielleicht musst du sie in der richtigen Reihenfolge anklicken. Och, wie kommt es denn da drauf? Also 274 war das nächste. 399. 402. Und 422 hier hinten. 754. Loin. 304. 418. 338. 478. 429. 418. Untertitelung des ZDF für funk, 2017